Tartaren haben halt nicht viel gegen gegen Night Spam im Late Game Wegen Japaner ist problematisch, weil die auch Cap Archer haben und Toito ein schlechtes Matchup haben gegen jedes Volk, das Cap Archer hat Oder brauchbare Cap Archer, sagen wir es so Actually, hier unten ist besser Wir müssen mal gucken, was wir openen, vielleicht Ja gut, hier ist ganz schön weit weg 19 Pop Range oder so Damit können wir Man at Arms und Archer kontern Boah, den Scoutfight verlierst du Nee, tust du nicht Wieso nicht? Hey, ich hab dem doch einen Downhill-Hit gegeben, ich hatte doch die ganze Zeit AP-Advantage Leck meine Eier Ich hätte schwören können, ich gewinne den Habe ich schon gefragt, warum er das engaged, das gleiche hat er sich wahrscheinlich auch gefragt Gut, wenigstens haben wir alle unsere Rescues scoutet, bevor wir nach vorne gegangen sind Müssen wir jetzt halt Blind Range eröffnen und hoffen, dass es klappt Oh, das war nicht gut von mir Wirklich nicht Das hätte nicht passieren dürfen Chatbox verdeckt den Score teilweise Jo, hab ich schon gehört, aber das möchte ich jetzt nicht fixen Weil Würde 20 Minuten dauern oder so Weil ich dann erstmal wieder rausfinden müsste, über welche Datei das geht und so Da hab ich jetzt keinen Bock drauf Da gibt eine Menge, was er machen kann Ja Sucher Bereite Hey, ja Bereite Ja Was war Bereite Hey, ja Bereite Bereite Hey, ja Hey, ja Weg, wa Uwere Ja Ja Hey, ja Holzer Bereite Holzer Bereite Hey, ja 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 So, wir haben Gold Save, Stein, weiß ich nicht, haben wir nicht gescoutet Können auch hier theoretisch einfach zum Was macht mehr Sinn, TC Wall macht deutlich mehr Sinn Cool Ne Man, wieso backt ihr denn da die ganze Zeit rum? Hey man, die ganze Zeit bangen die hier rum. Wie viel Holz ich dadurch wahrscheinlich schon verloren habe. Ja? 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 Holzer? Ja? 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 Wir werden also wirklich mal nicht abends Archer-Skambs von ihm. Wenn das so ist, war unser Opening sehr, sehr gut. Loll, der wäre da so weit reingekommen, oder? Ja, das ist so. Stretet, 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 das ist so. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Moin Handy! Hä? Das war irgendwie auch nur so semi-worth it, oder? Das war irgendwie auch nur so semi-worth, oder? Hey, Sir! Wea, Sir! Ohhhhh... Hey Sir! Wea, Sir! Huh? Huh? Wer hat noch irgendwas gegen Pikes brauchen langfristig Oder Mittelfristig Ich glaube Morgens werden es nicht für immer tun Vielleicht die Tonic Nights Bisschen Mimimimi Bisschen Mimimimi Den kann er haben Da weist er eine Conversion Das ist in Ordnung für mich Haben wir gerade einen Mod da der einmal Die Botscheiße hier wegbauen können Danke Raze Fair enough Sollt man langsam mal imp gehen Ja maybe ist sogar ein Seed Workshop gar nicht so blöd 10 von 10 Farm Placement Das Goldmining Upgrade schon Toton haben Handcannons oder Ja sehr schön Wir haben Relic Vorteil Spielen wir Handcannon Knights Range haben wir ja auch schon That's good Okay jetzt sind wir aber auf einem Timer Und dann können wir ja auch schon Ja 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 Över Ja Över Ja Över 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, ich hab auch keine Bloodlines Oh, ne, das ist mein Monk Okay, schade So, Chemistry ist das Wichtigste Damit wir in unsere nächsten Units reingehen können Okay Dann brauchen wir noch das Dann brauchen wir noch das Was haben wir denn hier an Outpost will, ja Gar nicht so blöd Conscription So, da ist noch ein Gold Okay, okay, okay Den können wir einmal killen Oh, actually, das können wir sogar engagen Müssen sogar Das müssen wir nicht engagen Ich will eigentlich nur den Monka killen Oder eher die Monkas Okay, das soll wohl nicht sein Ich glaube, ich stand jetzt Jetzt sind Handcannons unsere Windcondition Bisschen mehr Holz wäre vielleicht noch nicht schlecht Oh, Samurai Ja Dann sind Handcannons erst recht gut Wie wär's mit einer kleinen BBC Den können wir eigentlich mal raiden gehen, oder Sobald der Outpost da weg ist Können wir zumindest seine Halbster wegforcen Haben wir jetzt eine BBC eigentlich? Ne, da ist sie Okay Gut, wenn die Burg da drauf geht, dann ist das halt so Ist nicht weiter wild tatsächlich Bitte triff nicht Schade Können wir die ja wieder weglocken Jetzt will ich erst mal nur ein paar Wilds killen hier Ja Hey, ja Flick, 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 Mann Ja Wie ist das format? Okay Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gott ey, alles am Eidern hier Hier zu Relic, auch nicht schlecht Nehmen wir Gut, gut Upsa, ich hab die gar nicht mehr auf der richtigen Kontrollgroup Wo ist mein Monker, Relic Monker? Hier Wo ist mein Monker, Relic Monker? Hier, wo ist mein Monker, Relic Monker? Ja, wo ist mein Monker? Ja, wo ist mein Monker? hè kούμε Im Monker, mehr auf den BAS Das nimmt mich zufrieden oder no Ja, wo ist mein Monker? Ja, wie ist dein Monker? Ja Ja, wie ist dein Monker? Ja, wie ist mein Monk? Boah! Ja, wie ist mein Monker? Irgendwann hat auch wieder Gold rein, jetzt wird es ein bisschen eklig für ihn. Oh fuck, wo geht ihr denn lang? Geh, Geh, Geh! GG